Da war immer ein Tränen-Sack verstopft. Ich habe geweint die ganze Zeit. Es hat gedruckt. Alles Mögliche. Triggerwarnung, die Story ist schlimm. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin nicht Flo, ich bin nicht Paul, aber mindestens genauso. Ich bin Anne und heute sind wir hier, um mit euch Streamclips Germany zu schauen, mit den unverkennlichen Farbenzirkel und den einzigartigen Olli. Dankeschön, das war eine fantastische Anmoderation, Freunde. Heute ist Feiertag, deswegen sind Flo und Paul nicht da. Aber ich habe fantastische Gäste. Farbenzirkel und Anne sind da. Aber wir gehen rein ins Video. Hallo, das ist mein erstes Mal im Internet. Willkommen zu Streamclips Germany. Bei euch läuft alles? Wow. Ich glaube ziemlich, dass es klappt. Wow. Es hat geklappt. Das ist ein fantastisches Spiel, Way Out. Das ist toll, so ein Kind einfach so auf der Höhe zu halten und mit dem dann so durch die Gegend zu gehen. Ich muss gleich mal, immer wenn ein Clip von Sandy Jackson kommt, bin ich mir sicher, irgendwas fällt um. Also ich höre auch schon gar nicht mehr inhaltlich hin. Ich bin mir sicher, jetzt im Hintergrund fällt was um oder ihr Stuhl kippt um oder keiner in der Nachbar kommt durch die Decke durch oder so. Irgendwas passiert jetzt, bin ich mir sicher. Laufen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich ein Kind irgendwann habe, dann immer draußen spazieren bin, weil ich das voll interessant finde, mit einem Kind rauszugehen und spazieren zu gehen. Dann hast du es immer dabei. Okay, wie so ein Haustier, aber anders. Wie so ein Haustier. Warte, ich habe Pause gedrückt. Ich drücke Pause, er macht immer weiter. Gehen in Amerika nicht Menschen ständig mit ihren Kindern irgendwie mit einer Leine spazieren? Das habe ich schon öfter jetzt gesehen. Ja, das gibt es aber auch. Das ist mit dem Disneyland Paris passiert, dass dort Menschen unterwegs waren und ihre Kinder an der Leine hatten, was aber auch ganz gut war. Ich meine ganz ehrlich, bevor dein Kind verschütt geht? Ja, dann sagt deinem Kind halt, es soll nicht wegrennen. Wenn dein Kind zwei ist? Ja, dann hast du es an die Hand. An die Hand oder einen Kinderwagen, ja. Okay, wenn dein Kind klebt, nicht hört und wegrennt. Wenn es klebt, ist es besser, dann kommt es noch schlechter weg. Ja, stimmt. Das ist wahr. Dann kannst du es dir auch einfach so irgendwo, die Kinder sind ja klebrig, dann kannst du dich wahrscheinlich auch so einfach an die Brust kleben. Wie? Oder so. Da musst du aber auch aufpassen, dass es nicht an anderen kleben bleibt und deswegen einfach so mitgeschliffen wird. So, wie Klett hörst du es dann so. Oh Gott. Oh, alles gut. Auf dem Flugzeug hier, wenn du, meine Güte, wie heißt denn die Bahnhof? Flughof, Flugbahnhof? Flugzeug. Ja, da. Kennst du das, Anne? Nein, ich weiß nicht, was ich wollte. Das ist ein Hoffnung. Manchmal hat man halt einfach Braindead. Ja, das war. Ja. Oh, das geht doch schief. Hat sich erledigt. Okay. Oh, Sackdottik. Hat sich nicht erledigt. Was? Ich habe gerade gespeichert. Wie soll ich das über... Oh. Ja, da guckst du nicht mehr raus. Was war das überhaupt für ein Vieh? Ich hatte das einen Hodensack am Kinn? Das hatte Nessa auch die Brust. Ich hatte auch einen Okto-Hodenmann. Ich habe sofort Okto-Hodenmann gedacht, als ich das Ding gesehen habe. Okay, warte mal. Frage an den Chat und Frage in die Kommentare. Habt ihr Brust oder habt ihr Hoden gesehen? Ich habe Brust gesehen. Ah, okay. Also, bei mir ist es Team B***e. Ja, ich muss auch mal zurückspulen, damit die Leute jetzt nicht mich für völlig bescheuert denken. Da. Habt ihr Hoden gesehen? Es sind... Es sind Hochgeschneite. Es sind doch so dran. Also, es hängt ja mehr. Und im Alter kann ich nicht sprechen, wie das dann hängt. Pobacken. Oh, Pobacken ist auch gut tatsächlich. Guter Call. Guter Call. Ja. Ja, ja. Aber hier, Doppelkind. Was? Sehr ambivalent, aber... Aber da kann er sich selbst am Arsch lecken, ne? Das wäre... Ja, das wäre... Das wäre cool. Also, weiß ich nicht. Cool. Cool. Ich habe jetzt gerade gedacht, für so ein Unterwasserwesen ist das vielleicht auch praktisch. Keine Ahnung. Oh Gott. Hat sich nicht erledigt. Ich bin mir unsicher. Was? Wir bräuchten eine Umfrage. Ich habe gerade gespeichert. Wie soll ich das überlegen? Ah, der Savegame ist jetzt hin. Oh nein. Ich muss das da noch anmachen. Gibt gerade... Alter, Kito, runter da! Oh nein, das Magic Hall. Was ist denn los mit den Katzen? Mein Lego-Set. Das sind ja Katzen. B3 versenkt. Wenn du dich traust, spielst du Sekiro. Und wenn nicht, dann traust du dich nicht. Warte. Das ist eine valide Feststellung erst mal so, ne? Schon auch. Oh mein Gott. Leaple Company ist so ein lustiges Spiel. Das ist großartig. Wo geht's denn lang? Kannst du meine Hand nehmen? Ich glaube, ich laufe einfach Leonard hinterher. Der kennt sich aus. Ja, leider. Ich bin mir nicht so sicher, ob der sich auskennt. Das ist eine kleine Strecke hier. Die ist auch noch so lang. Was ist das? Das sieht ja wie das Getting Over It aus. Ja, schon. Mach ab, ne? Ja. Es gibt so ein Kleingling, das ist noch nie neues. Okay, kenn ich gar nicht. Ach, ist Sisyphus der, der diesen Ball die ganze Zeit rollte? Ah, macht voll Sinn. Wo kam der denn jetzt her? Mammut-Way-Protein-Snicker-Doodle oder mit Mammut-Way-Protein-Eist-Coffee? Oh, das war bitter. Eist-Coffee-Coffee, Digga. Wir machen Koffee-Coffee. Ich mache Eist-Coffee-Coffee. Ja, komm. Ich hätte halt auch schon... Warte mal. Aber Snicker-Doodle klingt einfach geil. Ja, auch einen kleinen Schluck würde ich mal probieren. Ja, ja. Es ist einfach von selber umgefallen. Ihr habt es gesehen. Ich möchte nochmal sehen. Ja, es ist einfach die Geister bei uns, ne? Bei den Geister-Mobbern, die Geister zu Hause. Komm. Ich hätte halt auch schon... Aber Snicker-Doodle klingt einfach geil. Ja, auch einen kleinen Schluck würde ich mal probieren. Ja, ja. Aber Props ans Glas. Ist heil geblieben, ne? Ist nichts passiert. Das ist krass. Ja. Aber habt ihr zufällig einen Geist, der einfach gesagt hat... Ich meine, ihr habt jetzt so oft Geister-Mobber geschaut, der gesagt hat, so... No way. Was meinst du? Ne, wir haben ja... Also, Paul ist ja nicht da. Da kann man ja mal drüber sprechen. Paul wird ja von der weißen Frau verfolgt. Sein Leben lang schon. Oh, die weiße Frau. Und... Nicht im Ernst, oder? Doch. Wenn du dich mit Paul unterhältst, total im Ernst. Ähm. Und, äh... Oh, dankeschön, Matze. Vielen Dank, Mann für 20. Ähm. Und deswegen, äh... Wer weiß. Vielleicht war es die weiße Frau. Ich weiß es nicht. Das war... Überraschend. Scheiße. Gut eingespielt. Warum war das? Wo kam Jan her? Ich kann mich nicht erinnern, dass Jan war. Ich hab mich grad voll erschrocken. Ich hab mich grad voll erschrocken. Ich hab mich grad voll erschrocken. Und denkst du, hä? Hat der das reingeschnitten? Voll gut. Ja, ich hab keine Ahnung, um ehrlich zu sein. No problem. I'm not sure yet. Not too long. I would... Oh! Hey, das ist doch... War das einfach eine Plastiktüte, oder was war das grad? Das ist doch, ähm... Jetzt hab ich seinen Namen vergessen. Äh, der mit, ähm... Hier den Song gemacht hat mit TJ Beast Boy, äh, Duck Down. Äh, wie heißt er noch? Ganz bekannter YouTuber, der, 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 äh, äh, Rap-Songs reviewt. Mein Gott, jetzt komm ich auf den Namen nicht, das kann doch nicht wahr sein. Chat, ihr müsst mir helfen, ihr wisst das garantiert. Ja, Jiggy, dankeschön, Jiggy. Hä, das ist doch Jiggy rechts, oder? Sag mal nicht. Da in dem Spiel. Ja, Elotricks könnte natürlich auch sein, ne? Ja, ist auch ein ganz guter Call. Ernsthaft? Das war so laut. Das war Nebelhorn, Alter. Da muss ich vor allem immer erst umschalten, dass ich feststelle, dass das jetzt echt ist und keine Simulation. Das ist so krass, ne? Ja. Macht er das eigentlich die ganze Zeit bei all seinen Routen oder nur bei besonderen Routen? Weiß das jemand? Äh, ich hab keine Ahnung. Ist das erlaubt? Ja, Eurotruck Simulator jetzt in der Unreal 5. Man muss doch ganz ehrlich sagen, die Unreal Engine macht das auch nicht einfacher, ne? Nein. Ey, wenn ich mich an früher zurückdenke und du guckst dir so ein Spiel an und denkst dir so bei einer Monkey Island, boah, krass, fotorealistische Insel, so. Und dann, ein paar Jahre später, oh mein Gott. Ach, Volker, ist ewig nicht mehr gespielt. Ja, hat sich ein bisschen was getan. Oha. Okay, der war an Kampel. Dein Zitat vom letzten Mal. Wenn da gleich was passiert, dann lass das ruhig passieren, weil da passiert nix. Auch nach wie vor so ein tolles Spiel. C of C ist super. Du hast zwei Haie hinter dir. Du bist heiß begehrt. Und dann bekomme ich leider Motion Signals. Oh man, das habe ich nicht gesagt. Schmerzhaft nehm ich. War hart. Der weint. Ich tröste ihn, okay? Ich tröste ihn, komm, Bro. Mach dir keine Sorgen. Das ist schnell eskaliert. Das ist sehr schnell eskaliert. Der durchschnittliche kleine Finger. Aber es ist auch witzig. Es gibt Menschen, die reagieren sehr unterschiedlich, wenn sie sich erschrecken. Aber ich kenne Menschen, die aggressiv werden, wenn sie sich erschrecken. Das finde ich immer sehr unterhaltsam. Das ist anscheinend siebeneinhalb Zentimeter lang. Und mein... Warte. Siebeneinhalb Zentimeter? Ich habe einen Zentimeter. Ich habe einen Mineral. Das ist doch kein... Ich bin bei sechs. Damit ja eh schon unser Problem mit dem, aber... Warte mal, du hast... Ich habe sechs Zentimeter. Du hast linear, warte mal. Ja. Ich habe sechs Zentimeter. Ich bin total klein. Siebeneinhalb. Was haben die alle für lange Finger? Wie lange sind eure? Ach, wo müsste man denn? Naja, ab da. Okay. Irgendwie ab Wurzeln, oder? Wahrscheinlich. Ab Wurzeln, ja. Ab Wurzeln, ja. Ab Wurzeln, ja. Sechseinhalb. Sechseinhalb. Ich habe sechs. Boah, siehst du lange Finger. Dafür ist mein Mittelfinger lang. Der ist mein schlapplich neun. Der ist trainiert. Ja. Ne, mein kleiner Finger so kaputt. Guck mal, den kannst du nicht mal richtig gerade machen. Der ist irgendwie so, der geht nicht. Okay. Der ist irgendwie so komisch. Der hat hier zu sehr hautgespannt. Der wäre eigentlich gerade, wenn ich den halt richtig gerade machen kann. Aber der kommt halt nicht ganz hoch. Ja, das passiert auch. Das ist nicht schlimm, Anne. Das ist kein Problem. Ist auch nicht so schlimm, dass er nur sechs Zentimeter hat und die anderen sechseinhalb haben. Das ist nicht so schlimm, Anne. Das ist okay. Das ist alles. Und vergleich nicht mit den anderen. Wenn dein Finger sechs Zentimeter ist, ist das in Ordnung. Ja, das ist okay. Ich mache mir einfach längere Nägel. Das ist dann das Schiebe. Du musst nur den passenden Fingerhut finden, Anne. Das ist alles. Hilfe. Ja, war das ungefähr. Einer ist nur 5,2. Das ist klein. 5,2 ist klein. Ja. Es spart euch jeglichen Kommentar, warum ich hier immer so ein Ding griffbereit habe. Wenn das jetzt ein Trend startet und alle jetzt anfangen, ihre kleinen Finger auszumessen, das wäre voll von Vorteil. 5,5, 6,5, 7. Leute, ihr sollt euren Finger messen, nicht euren... Früher hat man Passchip benutzt oder so. Alles out. Wir... Jetzt. Oh, wie fies. Ja, einfach runter damit. Ja, aber das ist ja auch weg. Nein. Ja, der Gegner lernt. Soll ich ganz sagen, der Gegner hat gedacht, ja, eigentlich eine gute Taktik. Ja, weil sich das jetzt gleich ein Ball auf mich zufliegt und deswegen werde ich mich nicht erschrecken. Auf Ansage. Das ist so geil, aber dieser... Also ich muss sagen, ich bin ja sehr unschreckhaft vor so einem Monitor. Aber ein, zwei Videos haben mich auch schon gekriegt, weil die sind manchmal einfach wirklich eine Spinne, wenn du eine Schublade aufmachst, dann kommt da eine Spinne dir entgegen. Das ist echt uncool. Ja, bei mir sind es immer genau diese, immer der Baseball, weil der ist so schnell, dass das so, weiß ich nicht, das funktioniert. Es löst einfach so diesen Reflex bei dir, so diesen Schutzreflex aus, weil du denkst ja nicht drüber nach, was ist es, sondern es ist einfach nur, irgendwas kommt halt auf mich zu. Ja, vor allem hast du auch keine Zeit, dich vorzubereiten. Vorzubereiten, deswegen flitterst du dich. Das Licht ausgemacht. Hä? Nein! Ich hab den Stecker gezogen. Nee, du hast auf den Tisch gehauen. Und damit alles ausgemacht. Es geht nicht. Ups. Oh. Fiff, dir geht's nicht so gut. Hey, ich glaube, ich wurde... Morgen hat das, glaube ich, zugenommen, oder? Ja. Ja. Warte, wir können mal so machen. Warte, warte, warte. Wie funktioniert das? Ähm, ich weiß nicht, hab ich es jetzt richtig gemacht? Da kommt jetzt ein Mörserangriff, richtig? Der trifft ihn safe selbst, oder? Ich hab das das erste Mal gemacht. Oh Gott, hab ich dem zu mir Platz? Nun. Ich glaube, war ich das selber? Lief nicht so gut. Oh. Halt dich fest. Was? Was ist das? Wie lange hält er das durch? Fühle ich. Das ist doch garantiert wieder irgendein Glitch, den sie jetzt im Speedrunning verwenden können. Was passiert? Was ist das für ein komisches Spiel? Und warum sieht man immer diese Plastiktüte? Ja. Ist die Plastiktüte der Hauptcharakter? Vielleicht. Typos. Was ist das denn? Ja, die Schwäbelfigur kennen wir doch seit Dirty Dancing. Ja. Hä, das ist ja voll gut. Was zum... Hä? GTA ist seltsam geworden. Alle sagen das. Hi. 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 Hier geht's ja mal. Ich hab mich gerade vor dem Türöffnen-Sound erschrocken. Ich muss mal fragen, ist der Clip so alt? Oder ist... Hat er vergessen, das Happy Halloween wieder auszumachen? Oder... Wieso Happy Halloween? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle. Keine Ahnung. Weiß das jemand? Was war bei Ragnar MG los? Eins, zwei, drei, vier, sechs. Das war nicht Warframe. Ich mach mal kurz, wenn es dazu liegt, dass die Nachbendenken passiert irgendwas. Hast du dich erschrocken? Nee, ich hab nur ein Spiel. Ihr seht ja, welche an sind, ja. Das versteh ich immer nicht. Oh, das hab ich auch. Das hab ich auch. Genau das. Aber warum tut man das? Na, zwei Fragen vor dem Zirkel. Also erstens, die grundsätzliche. Also das kann ich verstehen, dass man sagt, ich snooze gerne. Was ich nicht verstehe, ist, warum man sich diese Wecker einzeln so aufwendig reinprogrammiert, wenn heute jeder Android- und iPhone-Wecker die Funktion hat, zu sagen, alle fünf Minuten wiederholen. Ja, aber du kannst ja ausmachen. Haben Angst, genau. Ich glaub, die haben Angst, dass sie aus Versehen nicht auf Snooze drücken, sondern aus Versehen ganz ausmachen. Ja, so. Aber trotzdem ist es für mich immer so dieses, ich kann mir immer nicht vorstellen, immer dieses, ich weiß, eigene Perspektive und so, aber bevor ich irgendwie eine Dreiviertelstunde durchsnoose, penne ich doch einfach eine Dreiviertelstunde länger. Nein. Das Problem ist ja, dass die Prämisse fängt ja andersrum an. Du sagst ja, ich will um sieben Uhr aufwachen, weil das abends das Vernünftige ist und dann wachst du um sieben Uhr auf und denkst dir, f*** alles, ich schlafe weiter. Das ist so dann die unvernünftige Entscheidung. Also ich glaube, deswegen ist das meistens so. Ich hab damals mal so einen Wecker, ich hab mal so einen Mathewecker gehabt, wo du so richtig komplexe Aufgaben lösen musstest, um den Wecker auszumachen. Habe ich aber nicht sehr lange benutzt, weil es mir dann irgendwann auf den Sack ging, weil ich gelernt habe, im Schlaf zu rechnen. Aber das ist eigentlich ein gutes Training, siehst du? So, total. Ich bin dann wirklich manchmal morgens aufgewacht und er war ausgestellt und ich konnte mich nicht daran erinnern. Also da hab ich den irgendwie so im Halbschlaf, so im Dämmern, hab ich den dann irgendwie ausgekriegt. Also ich hab ganz viele Wecker, Olli kennt's ja und dazu hab ich halt meinen klassischen, so einen aufziehbaren Wecker, der so drrrr, der richtig laut ist. Der ist mein Notfallwecker. Der kommt auch überall mit hinweg, also mit hin. Wenn ich im Urlaub bin oder am Messe oder so, kommt der überall mit. Und Natasia schreibt hier gerade, bei Meckes gab's mal so einen Hühnerwecker, den man an die Wand werfen konnte. Das ist eigentlich eine smarte Idee, so einen Wecker, den du wirklich an die Wand hämmern kannst. Ich kenne einen, der weggefahren ist. Deswegen dieses Aufräder, der dann wegfährt. Das kenn ich noch. Der hat dann wirklich zwei große Räder und wenn er eigentlich losgeht, dann fährt er weg. Das heißt, du bist gezwungen aufzustehen, um ihn auszumachen. Witzig. Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, Wecker. Was? Da ist mir das zu viel. Ich hab drei drin, Maximum. Weil Timo, der geht doch gar nicht selber einkaufen. Der lässt das doch noch Mama und Papa machen. Nee, ich bin actually älter als ihr denkt wahrscheinlich. Alle denken immer, ich wäre sehr jung, aber ich hab einfach keinen Bartwuchs. Ich würde sagen, 27. Ich glaub, die sind jungen Jahre. Krass, okay. 27 ist richtig, ja. Das ist jung. Das ist die eine Sache, die ich nicht verstehe. Mit 27 sagt man noch nicht, die Leute schätzen mich immer älter, oder? Richtig. Deswegen. Alles Jungspunde. Was kannst du denn da, also wenn jetzt jemand gesagt hätte, 22, das macht für mich keinen Unterschied. Zwischen 22 und 27 ist kein Unterschied. Aber was bleibt denn sonst alternativ übrig? 15? Ja, das wäre ein bisschen weird. Deswegen. Ich kenn das nicht. Mit 27 sagt man das nicht. Wie du magst. Hab ich's jetzt falsch? Ich nenn dich jetzt einfach Luni. Oh nein. Luni. Das war so schlimm. War's der Retter und dann... Loi. Ich nenn dich die ganze... Zwei, drei Jahre nenn ich dich falsch beim Papi-Spielen. Sei deinen falschen Namen. Warum sagst du denn nichts? Ich hab mich dran gewöhnt. Das ist ja super peinlich, Mann. Für alle, die die Situation nicht verstehen. Die gute Meluni war halt eingeladen bei dem Event und wir haben uns das erste Mal getroffen und hatte ja auch Moderationskarten, wo alle Namen draufsteigen. Und ich gehe einfach davon aus, dass man den Namen halt, weil mit Doppel-O geschrieben wird Meluni ausspricht. Das hab ich auch so gemacht. Nicht Meluni? Ja, oder Meluni kannst du auch sagen. Meluni, Meluni. Ist auch, ob du Melanie oder Melanie sagst, weißt du? Das ist jetzt erstmal egal. Und Fischkopf sagte so plötzlich von der Seite, lol, das ist doch Meluni. Und ich dachte erstmal so, oh, übelstes Fettnäpfchen, dass ich ihren Namen jetzt die ganze Zeit falsch gesagt hab. Und dann hat sich die Situation so krass geturnt, dass rauskommt, nein, er sagt seit drei Jahren den Namen falsch. Digga, wie viel Glück muss man haben? 360er Dennis, Dankeschön für die Zähne. Ja, aber ich kenne das auch. Ich bin ja auch Zirkel und die Leute sagen, Daddy, also ganz komisch, die Aussprache. Komisch, ne? Ja. Oh, Schissen, Alter. Oh mein Gott. Oh Gott. Hi, hi, hi. Wollt ihr mich sehen, so schließt die Augen, wollt ihr mich hören, so lauscht dem Wind. Das hört sich echt schön an. Wollt ihr mich sehen, schaut in die Sterne. Kennt man den Song irgendwoher? Wollt ihr mich hören, kommt an den Fluss. Klingt so ein bisschen Disney-mäßig. Wir hätten hier rausgemusst, glaube ich. Nein, das hieß doch schon geil. Schandmaul. Zeig mal die Schatzung, wo wir rausgehen. Geil, der Nightbot rastet komplett aus. Sofort. Ist ja gut, Nightbot. Ah, Schandmaul, euch zum Geleit. I know. Ah, dann kenne ich den doch sogar. Ah, siehst du, mir kam auch bekannt vor. Das ist ja witzig, gerade alle Nachrichten. Wollten gerade sagen. Weil Schandmaul ja, okay, witzig. Also, dass bei Dr. Freud Schandmaul auf der Blacklist steht, weiß ich ja nicht. Ey, wir hatten neulich, muss ich mal Kritik äußern, hatten wir, wobei, ich hab da ne Theorie. Wir hatten neulich ein React von Tomatolix gehabt, wo er einen Tag beim Frauenarzt mitgearbeitet hat. Und weil wir das Wort Frauenarzt im Titel hatten, wurde das Video von grün auf gelb geschaltet. Und dann haben wir es gedacht so, aha, also wir wussten es erst nicht, haben ausprobiert, haben das Wort Frauenarzt aus dem Titel rausgenommen und war wieder grün. Aber so konnten wir rausfinden, dass es wegen des Wortes Frauenarzt auf YouTube wird ein Video erst mal an eine andere Zielgruppe. Wo ich mir gedacht hab, so krass, also das find ich schon auch nicht gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kam meine Theorie aber auf, vielleicht ist der YouTube-Algorithmus auch einfach nur schlau und hat gelernt über die Jahre, weil es da so einen Musikkünstler gibt, der Frauenarzt heißt, der schwierige Musik gemacht hat und vielleicht deswegen. Das könnte sein. Ja, aber ich hoffe nicht, dass es was damit zu tun hat, dass es diesen Arzt halt gibt, weil das wäre echt Quatsch. Das wäre komisch. Vorsorgen. Sascha, das ist jetzt Quatsch. Hier, Piazza Gribaldi und wir müssen raus, Napola Lulana. Oh nein. Ja, das ist dann die nächste. Da steht doch. Der Blick ist aber schön. Der Blick der Erkenntnis, das ist schön. Ich habe eine Monopolstellung. Ich dachte, sie sind dran vorbeigefahren, deswegen war das schön da. Ei, ei, ei. Ähm, Katze. Ja. Mousy. Schön. Also Katzen-Content im Internet ist ja super, aber so bin ich nicht überzeugt. Ey, da läuft wie ein Wasserfall. Die ganze Zeit ist es richtig nass. Es ist richtig nass. Es läuft. Es läuft einfach raus. Ich hätte es gerne härter. Was? Dass es drin stecken bleibt. Es wird nicht mehr sein. Sag sowas niemals. Niemals. Also der Rotz. In der Nase. Sagt jemand. Es gibt Momente, da muss man einfach aufhören zu sprechen. Also ich habe meine Zweifel. Das war Absicht. Also niemand sagt doch, ich will, dass der Rotz stecken bleibt. Das ist doch keiner. Das sagt doch keiner. Ja, in der S-Rechtheit, dann hast du die Kopfschmerzen und alles. Das soll sich ja lösen. Das ist zwar dann eklig, aber es ist besser, als wenn es halt stecken bleibt. Allergies auch. Wenn dann plötzlich irgendwann in der Nase alles ist wund, weil es nicht aufhört. Ach, Mann, Allergie. Nicht wissen. Das tut nicht weh. Und nicht mit der Zunge ran. Das ist nicht so schlimm. Ah, okay. Oh Gott, oh mein Gott, ich habe einen Schlag bekommen. Okay. Das Problem ist, jeder, der schon mal, also normalerweise kommt da eine 9 Volt, 1,5 Volt Batterie rein. So, kannst du dran lecken, kannst du, das ist witzig, ist ein bisschen sauer auf der Zunge, aber eigentlich kann so eine 1,5 Volt Batterie ja nichts. Jetzt ist in dem Ding hier ein Kondensator eingebaut. Also ein technisches Teil, was sich mit Energie weiter auflädt und sie dann schlagartig abgeben kann. Deswegen knallt das auf, wenn da so eine Batterie drin ist. Mein Vater, seines Zeichens, Elektroinstallateur, hat so ein Ding auf dem Campingplatz. Und hat das mal umgebaut. Da ist jetzt eine 9 Volt Blatt Batterie drin. Uh, das ist der Kondensator. Da muss ja auch einen Kondensator nochmal aufgebohrt haben. Das Ding hat jetzt richtig Wumms. Also wenn da mal ein Insekt nervt, dann ist das danach auch Asche. Das ist richtig wild. Ich habe die Kranse Mücke. Aber so mal, also vor allem mal Olli, ich glaube bei alle muss ich nicht fragen, Olli oder auch mal in den Chat. Habt ihr mal gegen einen Elektrozaun gepinkelt? Ja, da gibt es schlimme Geschichten. Da gibt es ganz schlimme Geschichten. Also ich habe die mal im Podcast erzählt, eine Kollegin von meinem Vater damals. Die hatte ein ganz, ganz seltsames Problem, von dem sie erzählt hatte. Sie hat immer eine Elektrozaune gepinkelt? Nein, ihr ist das passiert, dass sie, ich weiß nicht, ob sie angefasst hat oder gegengepinkelt hat, ich weiß es nicht mehr genau, unwahrscheinlich. Aber bei ihr war das durch die Metallbügel in dem Büstenhalter, war unter den Büsten, war halt auch richtig eine Verbrennung. Und ihr Bindegewebe war wohl danach irgendwie, also die Bündegewebe standen dann wohl anders, hatte sie erzählt. Wo war die große Nächste Elektrozaun? Und daran muss ich immer denken, weil die hat erzählt, eine Woche lang hatten ihre Nächste wieder den Halt, wie als wenn sie 20 war. Leute, das ist kein Tipp, liebe Leute, das ist gerade kein Tipp, kein Vorschlag, tut es nicht. Ich bin auf dem Weg, der Stream beendet sich automatisch, wir sehen uns bald. Wahrscheinlich einfach, weil die Muskulatur sich irgendwie verkrampft hatte oder so. Keine Art, vielleicht deswegen so ein bisschen. Ich bin 36, ich werde 37, ich kann das gebrauchen. Ist dir das schon passiert, Franzöge? Reden wir nicht drüber. Ich möchte nur eine Sache wissen. Gar nicht sparten Kirchen. Ich will nur eine Sache wissen. Also Elektrizität leitet dann ja. So, wo hört der Schlag auf? An der Spitze oder geht es weiter rein? Nee, du, 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 also es ist wirklich, als hätte ich jemanden sozusagen reingetreten. Oh. Also es war wirklich wie ein Tritt sozusagen in den Unterleib. Nur kurz glücklicherweise, also wie schon jemand meinte, glücklicherweise, wenn du weit genug weg bist, ist ja nicht, dass du glücklicherweise, also festkrampfst oder das dann aufrechterhalten wirst. Das war wirklich nur ein kurzes Zecken. Aber das war halt wie ein Tritt in den Unterleib. Ja, ja, ja. Auch schön. Eieieiei. Ja, Freunde, bitte pinkelt nicht an Elektrozäune. Das ist super gefährlich. Ich mach das wirklich nicht. Ich hab die Geschichte nur erzählt, weil sie wirklich lustig ist und mein Vater die mal erzählt hatte. Aber ich glaube, da braucht keiner drauf hoffen, dass das klappt. Und bei dann, das war gar nichts. Also wir waren früher oft, als ich klein war damals. Also das ist die Zeit, als es noch keine Fernseher gab. An der Garmisch-Partenkirchen. Genau, deswegen. In der Garmisch-Partenkirchen, da konnten wir nichts machen. Da gab es halt nur zur Unterhaltung, dass man an Elektrozäune gepinkelt hat. Das war alles besitzt. Du musst dir halt überlegen, dass du damit halt Insekten kaputt machst. Natürlich tut das weh. Habt ihr den weg? Was? Hä, was? Was passiert? Was? Oh. Oh, ja. Hä? Der ist da reingefallen. Der ist gerade echt vielsagend. Was tut sie? Ach Gott. Was? Das würde mir vorm ersten Kaff aber auch passieren können. Das gebe ich zu. Das ist, probierst du den Becher wieder und dann hast du den Becher verkehrt. Ja. Oh nein. Was machst du? Wieso probierst du das aber überhaupt? Nein, ich probier es. Ich sag nur vorm Kaffee kann so Dinge. Aber was hat er sich vor? Was sollte das werden? Wahrscheinlich schmeckt es einfach gerade nicht oder keine Ahnung. Fetisch? Weird. Aber hör mal, wenn du so frech bist, dann nehme ich dir ganz schnell Punkte weg. Oh ja, mach das bitte. Nein, nein. Denkst du? Denkst du, ich trau mich das nicht? Du machst dir gar nichts. Du traust dich nicht. Nein. Wenn du dich entschuldigst, dann kriegst du die auch wieder zurück. Hä, was ist das für ein geiles Overlay? Oh süß, oder? Das ist ja voll cool gemacht. Also A, mag ich seinen Avatar total gerne. Der ist super kreativ. Finde ich richtig cool. Aber unten mit den kleinen Köpfen so auf so Rollenspiel NES Optik gemacht. Voll geil. Bin ich ein riesen Fan von. Ruhig. Nee. Okay, reicht mir. Hä, die funktionieren auch voll gut. Weil die wirklich animiert sind. Ich wollte gerade sagen, du darfst auf die Sprache reagieren. Das ist ja voll geil. Hat er das selber gemacht? Oh, der ist ein Dalek. Also ich weiß, wie viel die Zahl 6 ist ungefähr. LOL, es gibt ein Dalek-Kostüm. Das ist ja voll cool. Ja, schon lange. Mega. Das liegt irgendwo relativ mittig zwischen 4 und 5, glaube ich. Hat er selbst gemacht. Respekt. Sehr geil. Okay, du musst gleich mal an Maikos Bein gucken. Oh mein Gott. Nein, mach ihn bitte mini. Das ist... Das ist beim Bräunen passiert, oder? Äh... Ich... Ich bin eine verheiratete Frau. Ich gucke weg. Das ist nicht getreu. Das ist zu groß. Das ist zu groß. Der ist zu groß. Was, ich muss mich konzentrieren. Ich mache Kunst. Ja, aber das ist der Hulk. Da kann der schon so groß werden. Du musst ihn kleiner und schmaler machen. Sie tätowiert ihn, oh Gott. Oh Gott, was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja furchtbar. Wie heißt es? Der, die oder das Nutella? Und das ging mir so auf den Sack. Da habe ich mir das Telefon angenommen. Ja? Bei Ferrero angerufen. Guten Tag. Es gibt eine Lösung für diese Frage. Kann man bei Wikipedia tatsächlich auch... Also kann man leichter auch rausfinden, weil es steht auf Wikipedia, was es tatsächlich ist. Heißt es der, die oder das Nutella? Dann sagen die, warten sie, da haben wir eine Hotline für. Hat die mich weiter verbunden. Was? So, dann bin ich da bei irgendeinem Team rausgekommen. Wahrscheinlich PR-Team, keine Ahnung. Und dann haben die mir gesagt, ist scheißegal, ob der, die oder das Nutella. Ist ein Fantasiename. Können sie sagen, was sie wollen. Lösen wir auch nicht auf. Weil dadurch entsteht Diskussion und wir bleiben als Name im Gedächtnis der Leute. Das ist die Antwort. Es ist scheißegal, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ja, aber es gibt trotzdem Regeln der deutschen Sprache. Es gibt nur Leute, die dann immer versuchen, was bedeutet Nutella eigentlich? Wofür steht Nutella? Und dann darüber wiederum irgendwie so eine Herleitung. Zum Beispiel, es heißt ja auch die Nutella-Creme, sagen die Leute dann. Aber das ist Quatsch. Ja, aber da kannst du ja alles wieder. Da kannst du auch wieder sagen, der Nutella-Aufstrich. Also sobald ich es erweitere, mach ich es ja über die Erweiterung wieder. Das ist halt geschummelt, weil klar, wenn du Nutella-Creme sagst, dann musst du die Nutella-Creme sagen in der deutschen Sprache. Macht Sinn, wenn du Aufstrich sagst, dann ist es der Nutella-Aufstrich. Und wenn du Topping sagst, dann ist es das Nutella-Topping. Also das kannst du ja natürlich machen, weil dann ist das letzte Wort das Entscheidende. Aber Nutella an sich. Aber das Ganze ist doch sowieso nur eine Nebelkerze, diese Diskussion. Weil eigentlich wollen sie von der Diskussion von Butter nicht Butter ablenken. Ja, absolut richtig, absolut richtig. Das ist das größte Problem an der Sache. Weißt du, weil bei, wenn du jetzt zum Beispiel Hanuta nimmst, ne, Hanuta ist ja wiederum eine Abkürzung für Haselnuss-Tafel. Da muss man dann einfach sagen, es ist die Haselnuss-Tafel, also es ist eigentlich die Hanuta. Ja, und nicht das Hanuta, die Hanuta. Bei Nutella geht das halt eben nicht, weil Nutella ist keine Abkürzung. Also wenn das Problem besteht, dann esse ich den Scheiß einfach weg und dann ist gut. Ja. Und da habe ich die Diskussion nicht. Ja, 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 ja. Was ist dann bei Haribo, Olli? Haribo steht nochmal für Hans Riegel Bonn. Ist es dann der Hans, weil es ja der Hans Riegel aus Bonn ist? Oder ist der Gewinner das Bonn? Das ist ja eine Firma, ne? Hans Riegel Bonn war der Firmenname, oder? Das ist, glaube ich, der Erfinder sozusagen, also ja, sozusagen, der, genau. Dann hätte ich das Haribo gesagt, tatsächlich. Weißt du? Aber ja, das ist eine gute Frage. Deswegen mag ich die deutsche Sprache so sehr, ne? Wenn ihr gleich so weitermacht, dann hole ich mir gleich noch ein Stück Torte aus dem Kühlschrank. Die Torte? Und wann ist es eine Torte und wann ein Kuchen? Und wann ist es eine Buttercreme? Ja. Einfach nur Buttercreme, weil ein Zentimeter drauf ist. Fragen über Fragen. Sind das jetzt die Gummibären oder ist es das Gummibärchen? Das ist schwierig. Und ich habe mir früher als Kind, habe ich mir regelmäßig die Spaghetti aus der Nase gelacht. Und jetzt fragt ihr euch, wie kann das denn regelmäßig passieren? Ich habe das eine Zeit lang extra gemacht, weil ich das Gefühl geil fand. Ich schwöre, das war einfach eine so meiner ersten sexuellen Erfahrungen oder so. Ich weiß nicht, das hat einfach etwas gekitzelt, okay? Das hat einfach irgendwas in mir gekitzelt, okay? Und dann hat meine Mutter angefangen, nur noch Pennenudeln zu kochen. Kein Wunder, dass wir die nicht finden. Respekt, wenn du das mit Pennenudeln schaffst, ne? Oh mein Gott. Ich hatte das irgendwann so, das waren so meine Mitte 20ern. Da war immer ein Tränen-Sack verstopft. Ich habe geweint die ganze Zeit. Es hat gedruckt. Ach, alles Mögliche. Ah, eine Träger-Warnung, die Story ist schlimm. Die ist ganz schlimm. Und irgendwann musste ich einmal kräftig niesen und dann kam dann wirklich sowas wie eine Wurfspiegel, so eine Nudel raus aus meiner Nase. Ach, mein Tränen-Sack war frei. War großartig. Da hast du einmal den Kanal freigemacht. Einmal den Kanal freigemacht. Das war so erleichtert. Und von daher, wenn irgendwas die Nase verlässt, was dort vorher nicht rein sollte, ist das ein so befreiendes Gefühl. Ich kann dieses Gefühl nachvollziehen. Das ist besser als... Ich kriege wirklich Gänsehaut bei der Geschichte, weil es gibt wenig Sachen, die mich wirklich ekeln. Das gehört aber tatsächlich dazu. Ja, das ist wirklich so eine der Sachen, die alles, was mit Augen und so zu tun hat, das kriegt mich. Das mag ich gar nicht. Also da habe ich wirklich nur einmal ganz normal Erbsensuppe gegessen. Ich glaube, Lachen oder Niesen bin mir gar nicht sicher. Und habe halt so eine Erbse dann durch die Nase geschossen. Ja, sehr klassisch. Aber das ist relativ weit. Genau. Da sollte es mal einen Wettbewerb geben. Ja, ja. Was ich nicht empfehlen kann, ist übrigens, bei mir ist das Problem, wenn ich mich verschlucke, dann muss ich danach immer niesen. Das ist so eine Kombi, was ungünstig ist, weil meistens verschlucke ich mich am Essen. Und wenn du dann halt niesen musst, kannst du dir ja vorstellen, wo es rauskommt. Ist mir passiert, es war vor der Hochzeit mit Moskau Mühl. Oh, das war schlimm. Olli hatte gestreamt. Ich kam so mit zwei komplett durchgebluteten High Tempos in den Stream rein. Ich brauche Hilfe. Übel. Bei Moskau Mühl hat Ingwer drin. Und es hat mir die ganze Nase zerschossen und alles. Das war super wild. Seitdem steht Anne manchmal nachts in der Ecke, während ich schlafe. Alles ganz komisch. Ja. Ei, ei, ei. Jetzt lädt sich gerade mein Watchtogether tot. Ah, da ist er wieder. Okay, wisst ihr was? Wir machen ein kleines Zwischengole. Ich würde sagen, bei 200 Abos sollten wir die heute im Laufe des Streams noch erreichen. Mach ich irgendwas, was mich richtig f***t. Okay, Chat, das wollt ihr doch. Schlichte Ansage. Witzig. Das ist die Weltenschlange. Manchmal glaube ich ja nicht daran, dass das so random aneinander geschnitten wird. Dass du nach dem Clip die Weltenschlange bringst, das ist Absicht. Könnt ihr mir nichts anderes erzählen, wirklich? Die Weltenschl- Ja, kennt man, das ist die Weltenschl- So eine Multiversums-Sache. Was hat der gerade gesagt? Die Weltenschl- Man kennt doch die Weltenschlange, oder? Oder? Kennt man doch. Bin ich gerade im Video gesprungen? Oder war der Schnitt einfach komisch? Ich habe gesagt, die Weltenschl- Dann habe ich Man kennt das. Irgendwie geht man auf Klo und dann bürstet man mit der Zahnbürste. Vor allem mit der Zahnbürste. Ich bürste mein Klo immer mit der Zahnbürste. Aber danach putze ich mir immer schon die Zähne. Wie spare ich Klopapier? Ja. Oh, Farbenzüge. Oh, Farbenzüge. Kannst du mal in dieselbe Richtung gucken? Wie der gute Gronkh. Warte, ich muss gleich. Ich bin gespiegelt. Du hast den imposanteren Bart auf jeden Fall. Ja, aber auch den graueren Schot. Das stimmt. Guck mal, der Typ neben mir. Der hat Rüstungsteile gesucht. Oh, Alter. Oh mein Gott. Wie gut war das denn gerade? Sauber. Wow. Wow. Wir haben schon den ersten, von meinem allerersten. What the f***? Alter. Alter, krieg dich mal ein. Hallo. Was ist dein Problem? Störbe. Danke. Oh mein Gott. Legt euch nie mit ihr an. Niemals. GTA tut Menschen nicht gut. Nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Warum spielen gerade so viele Leute GTA 5? Habe ich mir so gepasst? Ich weiß nicht. Irgendwie ganz viele machen die Story gerade. So spielen die Story. Okay. Vorbereitung auf GTA 6. Sorry. Ja, nochmal. Nochmal drüber. Du musst da mal über dich drüber fahren. Luna. Er blockiert. Morgen gibt es wieder einen Artikel in der Zeitung über uns Gamer. Ja, wirklich. Wegen ihr. What? Ich meine, offensichtlich, ich meine Hold on, es sind ja auch sehr viele Gelbe. Das muss Berlin sein. Das ist Berlin. Ich will da nicht langfahren. Das ist Berlin, oder? Ja, das ist Berlin. Ja, auf jeden Fall. Warte, da ist doch ein Verkehrsschild. Doch, ja. Kreuzberg steht da meiner Meinung nach nach links. Und Schöneberg, oder? Potsdamer Platz. Potsdamer Platz. Kreuzberg und Tiergarten vielleicht? Weiß ich nicht genau, was da steht da drüber. Seine Kämpfe deckt ja irgendwie. Auf jeden Fall typische Kreuzung in Berlin. Also du hast alles da, was für Berlin typisch ist. In der Baustelle und keinen Bauarbeiter. Viel zu viele Schilder, Fahrbahnmarkierungen und Baustelle. Ja. Und zwar Baustelle, wo nicht gearbeitet wird. Die Baustelle auch mit kaputt, verschoben, irgendwo liegt eine Barke rum. Ja. Und es wird nicht gebaut arbeitet. Das ist auch ganz typisch. Genau, das ist bei der Schad. Ich war vorhin ganz kurz bei Tanzverbot. Der hat heute einen IRL-Stream gemacht in Berlin zum 1. Mai und ist rumgelaufen. Und da hat er auch irgendwie gerade auf einer Baustelle gefilmt und sagte so, was ist das hier? Und dann habe ich gesagt, ganz normal in Berlin. Und das ist wirklich meine Theorie. Ich glaube, in Berlin gibt es einfach so viele Absperrungen und nicht genug Lagerraum dafür, dass sie anfangen, die Sachen auf der Straße zu lagern, weil es günstiger ist. Weil damit kannst du ja auch, also die Wahrheit sieht anders aus. Ich kenne auch genug Leute, die da in der Branche arbeiten. Die Wahrheit ist tatsächlich, es gibt ja Firmen, die diese Sachen aufstellen, Schilder aufstellen, Absperrungen aufstellen. Und es gibt die Firmen, die die Bauarbeiten durchführen. Und die sprechen sich meistens ab. Und dann sind die Firmen, die das aufstellen, die Firmen, die rufen schon ganz, ganz frühzeitig an und sagen, jo, können wir schon stellen, können wir schon stellen, damit die einfach ein paar Wochen vorher die Sachen schon aufstellen können, um Geld zu kassieren. Ich habe auch gehört, dass teilweise auch so ganz Probleme auch diese versicherungstechnischen Sachen sind. Auch teilweise so dieses, hey, jemand buddelt irgendwo ein Loch, legt seine Leitung da rein. Und der Nächste, normal könntest du sagen, ja, die Nächsten wollen ja wahrscheinlich auch, Neubaugebiet ja auch was hinpacken. Aber das Problem ist, der Erste, der aufbuddelt, ist irgendwie versicherungstechnisch bis zum Zubuddeln verantwortlich. Also macht er natürlich erst mal zwischendurch zu, bis der Nächste rangeht. Ja. Also, ja. Naja, ist wirklich schlimm. Markierungen da, die nicht dazugehören, weil das ja Baustellen, na, wobei, die gehören dazu, ist egal. Das ist ja Baustelle, aber ich meine, guckt euch den Scheiß an. Nicht als Fahnenfänger, ich würde einfach rüber. Ich würde einfach gucken, ob ich rüberkomme. Ich würde warten, links, rechts, gucken, keiner da. Okay, 180, mittendrin. Das ist aber auch ein Berliner Fahrstil. Ich habe kurz losgelassen mit der Maus und er hat natürlich auch losgelassen. Aber guck mal, jetzt kann er immerhin seine Pantomimen-Künste üben. Ich komme mir nicht raus. Ich komme mir nicht raus. Hallo, Eta-Tülken, ich komme mir nicht raus. Oh, ey, wenn ich sie jetzt auch noch ansatzweise irgendwas in mein Gesicht... Fahm zuckeln. Dark Drever hatte ich gefragt. Ich habe schon gesehen, deswegen wollte ich gerade schreiben, aber da kann ich auch direkt ganz deswegen, dachte ich, ist okay, aber bitte nur auf 50%. Wirklich, Dark Drever, einfach nicht auf 11 heute, vielleicht eher so eine 6. Aber ich fand es lustig. Oh, scheiße. Oh, nein, oh, nein. Oh, scheiße. Ich habe Angst vor Nasen-Piercings, ne? Wir treffen uns übrigens mit ihr, wenn wir in Hamburg sind. Cool. Bitte komm nicht zu nah ans Piercing. Warum sollte ich zu nah ans Piercing kommen? Weiß ich, Umarmung, Begrüßung. Dann kommt sie ja zu nah mit ihrem Piercing an mich. Dran ziehen. Das ist ja das, was du sagst, das implizierst, dass ich aktiv auf das Piercing zugehe. Na, ich denke... Das mache ich nicht. Schon wieder eine Granny um. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Läuft der ganz hinten. Oh nein. Spielen wir wieder Zeuge? Oh nein. Hat man nicht so viel zu tun als Rentnerin, was? Bei Holly ist das auch alles gleich so echt, ne? Skabum! Er spielt das Äquivalent von diesem geilen YouTube-Video, wo der Typ alles slappt auf der Grillparty. Oh Gott. Weißt du, wo immer mehr Leute ankommen und denen immer wieder eine Batsch, Batsch. Hat noch jemand irgendwas gesehen zufällig? Nein? Gut so. Alter. Was tut sie? Sie hat ihre Waffe zerstört, das wollte sie gar nicht. Warum zerlegt sie die? No! Ich habe sie kaputt gemacht. Streng genommen hast du sie auseinandergebaut. Es sind noch alle Teile da. Vor allem mit dem Namen Sesselfuchs finde ich das sehr bezeichnend. Witzig. Ja. Ihr seid so cool. Da falle ich direkt vorm Stuhl. Okay. Mach zumindest das Beste drauf. Skagis, wie ist dein Code? Hart. Cremig. Mittelfest. Also eigentlich doch oft schon. Also kommt drauf an. Wenn ich was Blödes gegessen habe, auch manchmal. Antworten, die ich von Olli erwarten würde. Ja. Was für ein Code? Für Waterdrop war die Frage eigentlich. Aber ich finde es schön, dass du mir solche Sachen auch erzählst. Das ist okay. Also. Auch hier. Ich mag übrigens sehr, dass wir Content Creator mittlerweile alle auch auf einem Level sind, wo sowas auch funktioniert auf beiden Seiten. Weißt du, wo man so. Einfach weitermachen. So unabgesprochen das noch einfach hinnimmt. Ja. Das ist schon okay. Eine Metalltür. Hier kommen wir, wie gesagt, nicht weiter. Deswegen. Also, wenn jemand eine Idee hat, wie ich hier rauskomme, darf er das gerne schreiben. Weil, gefühlt komme ich hier momentan nicht wirklich weiter. Master, geh an die Tür und drücke A. Türen öffnen? Kannst du einfach zu öffnen da? Oh nein. So funktionieren Türen. Oh nein, steht sogar öffnen da, wenn er dran ist. Ach, come on. Guck dir den Killer an. Oh, das ist das mit den... Oh Leute, wenn ihr Epilepsie habt, macht bitte die Augen aus. Das ist dieser Bug. Macht die Augen aus. Macht die Augen aus. Ich meine, macht die Augen zu. Macht die Augen zu. Wild. Da ist ein Fung. Der Seite hilft. Was? Wow. Sehr, ne? Was ist das denn für eine Optik? Können wir da gerade mal kurz... Das ist, wenn man sich die Zähne eine Weile nicht geputzt hat. Wow. Aber krass. Das sieht super cool aus. Ja, ne? So ein Orkgebiss, glaube ich, ne? Ja. Ich finde das sehr gut. Crazy. Oh, nein. Das war schon der größten. Krass. Aber Muschelmiete kennt man ja auch. Muschelmiete kennt man ja auch. Muschelmiete ist weit bekannt. Oder hat jemand was gegen Abgabe? Ich sehe gerade... Muss man die drei Muschelmiete? Blut? Ja, ich sag doch die ganze Zeit, du bist bei uns. Ich sag mich, was weinst du denn? Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Freitag bis dato. Und ihr seid, dass ihr gut ins Wochenende reingeschlittert seid. Würde ich mich richtig... Da war nicht ich, da waren meine Hände, die hier gepupst haben. Da war nicht ich. Ja, ja. Danke, dass du das auch hin weißt. Also, Pupse. So glaubt jeder, ich hätte gepupst. Ja, aber das ist auch doof, wenn man es da nicht replizieren kann, ne? Könnt ihr das? Also, im Pupsen, ja, ich bin laktoseintolerant. Achso, das... Nicht wirklich. Nee, dafür bin ich gerade zu unaufgeregt. Aber, also, es ist okay. Wir sind Menschen, wir pupsen, wir furzen. Das erste Mal in der Beziehung ist das immer was ganz Besonderes. Da schämt man sich zu Tode. Aber irgendwann ist es egal. Irgendwann gibt es dann Props vom Partner. Und so ist es auch mit dem Chat. Wenn ihr oft genug vor euren Chat furzt, irgendwann sagt der Chat, geil. Hast du gut gemacht. Nee, Frau Stern macht sowas nicht. Nee, Frau Stern ist auch anders. Die dich. Das ist nicht dasselbe, Olli. Ich hab's geschafft. Das war mir wichtig. Du willst aber auch, dass da eher ein Song draus gemacht wird. Hab auch gut übertönt, dass das gar nicht meine Hände waren, ne? Sorry, musste raus. Die Pfoten am brennend heißen Blutkölzen zu verbrennen. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Es sind 380 Grad, aber 380 Grad sind 380 Grad, an denen man sich ganz schön verbrennen kann. Ja. Deshalb versuch ich das nicht zu... Au. Au. Was sag ich? Aber er löstet auch nicht zum ersten Mal, muss man sagen. Moment, oh. Hey, Alobo. What? Das war der Zug vom Zug. Ja, der Zug vom Zug, ja. War witzig. Ja. Das haben die nicht gesehen und das hat der auch nicht gesehen. Wenn ich ins Bett gehe, leg ich mich hinweg. Wenn ich möchte. Das ist halt, ne? Das ist komplett, komplett eigenes Ermessen. Außer, ich hab am nächsten Tag einen wichtigen Termin oder so. Um eine Uhrzeit. Oder muss irgendwo hin. Und ich weiß, ich muss jetzt mal schlafen. Dann geht's nicht. Wenn ich so weiß, boah, ich hab nur noch 6 Stunden. Dann sagt mein Körper so, ja, haha. Aber wie wär's, wenn du nur 5 hättest? Oder 4? Oder 3? Da macht es sich gerade sehr gut, wenn man Horror-Stories regelmäßig vorliest. Ja, aber ich kenn das auch so, dieses, wenn man nicht schlafen kann und dann anfängt zu rechnen. Auch so dieses, okay, dann guckst du jetzt doch nochmal ein YouTube-Video oder so. Ich mein, 6 Stunden tut's ja auch. Und dann, naja, also 5,5 geht ja immer noch. Also es funktioniert ja schon noch. 5, naja, 5 geht auch. Weil es ist ja auch bald Wochenende. Also eigentlich kommst du auch mit 5 hin. Also wie man sich da auch wirklich so, so das immer mathematisch irgendwie macht. Ja, bei mir ist der Vorteil, während ich rechne, schlafe ich ein. Ja, dass es wirklich so Olli ist, da kann sich ein Ding, da kann fenn, während ich irgendwie so 5 Stunden gefühlt brauche. Also in seiner Geschichte wäre es wirklich so, mit dem Gespräch mit dem Körper, das würde so ungefähr ablaufen. Ja, aber was, wenn du nur... Das wäre das ungefähr. Das ist immer die Hölle. Lass mich raten, muss ich darüber laufen? Ja? Meinst du, du schaffst es hier runter? Ja, klar. Schön. An der Stelle muss ich mal ganz kurz ranten, weil ich Freunde habe, die in der Spieleübersetzungsszene arbeiten und bei Stella Blade jetzt zuletzt so war. Wenn ich mich nicht täusche. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das falsche Spiel. Aber es ist ein ganz, ganz großes Problem, dass Leute, die Übersetzung machen, nicht gecredited werden bei Videospielen. Das ist ein Riesending, tatsächlich. Ja, ist ganz, 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 ganz schlimme Sache. Und niemand versteht, warum alle werden gecredited in Videospielen immer außer Übersetzer. Und das ist... Weil vor allem gerade in der Szene super viel KI mittlerweile zum Einsatz kommt und viele Leute, die das beruflich machen, mittlerweile echt um ihre Jobs bangen. Und das dazu führt, dass die Spiele auch teilweise echt schlecht übersetzt sind. Also du kannst da nicht wirklich alles austauschen. Das geht gar nicht. Ja, aber das liegt ja auch teilweise durch dieses Hochdruck. Ich meine ja dann immer, wann ist der... Die kriegen ja teilweise Übersetzung, wo noch gar nicht die Final-Version ja vom Spiel auch draußen ist. Die kriegen es ja oft nicht mal dann in der Reihenfolge, dass sie den Dialog, dann auch die Aussprache im Kontext erkennen, sondern hier sind deine 50 Zeilen, bitte lese die mal ab. Und dann weißt du gar nicht, wo du betonen musst, weil, ja, keine Ahnung, bin ich jetzt gerade vielleicht aggressiv oder die steht vielleicht noch da. Und du weißt vielleicht gar nicht, was davor für Sätze gefallen sind oder so. Das stelle ich mir auch immer als Herausforderung vor. Ja, vor allem, da kommen noch ganz andere Sachen hinzu. Also wer schon mal gesehen hat, wenn Deutsch zu Französisch übersetzt wird, ich kenne das aus meiner beruflichen Vergangenheit, weil ich habe ja dann Trailer produziert und dann habe ich auch mit der Loka zusammengearbeitet, die mir die Texte für die verschiedenen Sprachen gegeben haben. Und du hast ja meistens so bei diesen Trailern, die ich gebaut habe, hattest du ja auch so Textblenden, so erlebe die Welt von Runes of Magic. Und dann hast du das auf Englisch, discover the world of Runes of Magic. Und dann kommt auf einmal das Französische, was fünf Zeilen lang ist, wo du dir denkst, what, Frankreich, was stimmt mit euch nicht? Und das ist bei Videospielen ganz oft auch ein Problem, dass die Boxen, in denen Sachen stehen, in Menüs und so, gar nicht reichen vom Platz, damit das Richtige fremden. Und da brauchst du halt Leute, die dann kontextmäßig das auch gut übersetzen können. Ich meine, überleg mal, wie oft habt ihr Spiele gehabt, wo Dinge im Englischen alleine schon so durch den Translator gezogen sind, wo ihr euch fragt so, hä, warum steht das denn da jetzt? Macht gar keinen Sinn. Bis du darauf kommst, ach, das soll wegen Back und Zurück und dann steht aber was ganz anderes. Genau, wo du dann den Kontext nicht erst kennst, aber das ist auch irgendwie automatisch so. Eins hat sich bei uns auch eingebürgert und zwar durch Grounded. Bei Grounded bist du raus mit Fettbeenden. Fettbeenden? Das ist inzwischen bei uns so das Ding, wenn wir Spiele beenden, ist bei uns die Ansage auch immer so, Fettbeenden. Fettbeenden? Was ist das im Original, hä? Ich hab keine Ahnung. Fettbeenden? Aber Doppel-T? Du hast gesagt, das verstehe ich ja gar nicht, was soll das heißen? Das war super. Fettbeenden, geil. Das mag ich aber, das ist witzig. Ja. Ja? Meinst du, du schaffst es hier runter? Ja, klar. Es ist schön. Hallo, es gibt doch so Kerzen in den Arsch zum Schieben. Habt ihr noch nie als Kind so eine Kerze in den Arsch geschoben bekommen? Wie heißen doch Kerzen oder nicht? Heißen die nicht Kerzen? Zäpfchen? Zäpfchen! Ja! Grundlegender Unterschied. Fass dasselbe. Ich war schon kurz davor, zu überlegen, ob man die Polizei anrufen sollte. Geile Banane! Oh, mein Arschloch! Vielleicht gab's bei denen aber im Haushalt auch nur kleine Kerzen. Weiß man ja nicht. Oder ist das wie Ohrenkerzen? So was. Da muss das ja so auch gehen. Oh! Aber professionelle Reinigung einfach mit Ohrenkerzen. Ja, Ohrenkerzen und dann... Hat das schon mal jemand von euch gemacht, eine Ohrenkerze benutzt? Nee. Ich auch nicht. Nee, aber meine Mitbewohner damals. Und das geht? Ja, die haben das... Aber ich hatte zu viel Angst davor. Warte mal. In Gütersloh damals? Auf dem Bauernhof? Ja. Ja, die haben die bestimmt so benutzt wie... Ja. Ja. Alles klar. Ich rauche mal... Das ist auch kein Fernsehen. Das heißt, wenn du abends mal Kerzen angemacht hast, rochst komisch, oder was? Wir gehen einfach drüber weg. Nun, Ohrenkerzen sind Scam. Ist das so? Krass. Hä? Hä? Hallo? Du darfst nicht rein. Hallo? Ja, wenn man immer so mit breitem Kreuz durch die Türen gehen will. So eine Buddybilder kennt man doch immer so. Wo ist denn das? Zack, dann bleibst du da hin. Bellright. Das sagt mir gar nichts, das Spiel. Das haben wir letzte Woche gespielt. Letzte Woche Dienstag. Ist das gut? Zum Anfang schleppend, aber... Sag es mir doch einfach, anstatt mich anzupuhnen. Das könnte dir in deinen Vater gefallen. Oh Marco. Survival. Aufbau. Die Kamer am Spiel eigentlich noch tiefer fragt für jemanden. Ist unser Skleid. Ja, die geht so... Bruh. Bruh. Okay, das hatte ich auch noch nicht gesehen. Bei welchem Spiel war das? Nier Automata. Wo sie sich immer so geschickt galant wegdreht dann und dann wird ihr meckert. Ich meinte Lollipop Chainsaw. Oh. Da gab es ein Achievement, wenn du runtergeguckt hast. Das heißt, du wusstest genau. Ja. Nee, aber bei Nier Automata haben sie das richtig gut gelöst. Tatsächlich. Du schaffst es nicht. Dreht sich dann halt immer weg und dann meckert sie mit dir und so. Ist echt ganz cool. Das ist schön. So. Miaolina. Ah, so schnell. Tschüss. 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 Hat sie doch gesagt. Tschüss. Ey, wir haben denselben Kamin im Hintergrund. Ich dachte erstens der Ani. Ich dachte cool, Ani singt. Da hätte ich mir gewünscht, er hätte nicht zu Hause leise sein müssen. Weil schon alle schlafen. Mit ein bisschen mehr Druck wäre das richtig stark gewesen. Jetzt recht, er macht es ja auch noch in der Küche. Geil. Oh, no way. Ey, wie lange ich die Map nicht mehr gesehen habe bei TTT. Oh mein Gott, das ist ja Jahrhunderte her. Da unten mit diesem Geheimgang und so, ne? Eieieiei. Ach, jetzt. Warte mal. Ich glaube, das ist eine Fake-Leiche gewesen, weil da sind die Tickte von weggelaufen. Oh, da ist ein Schuss gefahren. Nein, von der Rampel, von der Rampel. Nein. Von der Rampel, Keldon, von der Rampel. Wir schießen alle aufeinander. Lass sie das machen. Lass sie das, lass sie das so machen. Oh. Digga, was für eine Runde. Was? Jeder, nicht so weit hin. Oh mein Gott. Ich bin nicht da. What in... Wo bist du? Oh mein Gott. Mit Dalu spielst du das auch nicht, ne? Ich hab mit Dalu schon TTT gespielt. Wie läuft's so? Niemals. Das Ding ist halt, es gibt so Menschen, die machen einen Shooter aus TTT. Und Dalu ist halt einfach echt gut. So, da hast du keine Chance. Ja. Ich wollt grad sagen, weil eigentlich ist es ja so, hey, wenn du theoretisch falsch schießt, würden dich halt im Zweifel sogar deine eigenen Mates, keine Ahnung. Ähm, dann, aber bei dem ist halt, naja gut, wenn du gut genug bist, um einfach alle wegzurotzen, dann ist es dir ja egal. Ja, halt das Spiel. Ähm, ich find's zwar super witzig, aber es ist für mich auch immer so, wie, wie nach Rollen. Ist das neues Spiel dann. Ja, ich find, ich find TTT ist für mich Roleplay. So, und, äh, ich finde, wenn du dann so in so eine Runde reingest, das war lustig, keine Frage, ne? Aber wenn du so als Shooter da reingehst, dann find ich immer so, wie der eine Powerplayer da reingeht und erst mal. Hey, Feuerballstufe 30, ach, meine Mitspieler sterben, egal. Weißt du? Tschüss YouTube, reinfolgen, reinabonnieren, auf YouTube, auf Instagram, Twitch, Twitch, Twitter, Patreon, Onlyfans, überall. Streamclips Germany. Ja. Dankeschön für dieses tolle Video. Chat schreibt auch gerade völlig richtig, ja, ich weiß, ich hab ja mit Dalu schon gespielt, ich weiß, sein RP ist auch richtig, richtig stark. Äh, und es war ja auch eine lustige Situation. Ich meinte nur, es gibt oft mal, in TTT gibt's die Situation, wo jemand dann einfach einen Schuh daraus macht, das find ich dann schade, war gar nicht auf den Bezogen. War eine schöne Folge, hat mir, hat mir besser gefallen als sonst, muss ich sagen. Wirklich, äh, lustig immer zu sehen, was bei den anderen so los ist. Freunde, ihr wisst ja, äh, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, schaut gerne mal bei uns vorbei. Äh, bei Anne könnt ihr auch vorbeischauen auf Twitch, die heute dabei ist, ne? Ivral, das einfach mal vorbeigucken. Äh, bei Fabenzurken kann man bei dir irgendwo vorbeischauen. Sagen wir so, es lohnt dich. Also, ich bin ja professioneller Nicht-Streamer, das heißt, auf meinem Kanal kann man sich sicher sein, dass man nicht durch Streams belästigt wird. Cool. Ich habe sogar nicht Merch, also auch zu orangen T-Shirts als Signature-Farbe gibt es natürlich einen Link, an dem ich null verdiene. Geil. Es ist auch nicht gebrandet, also komplettes Paket. Aber wenn ihr euch in den Chats daneben benehmt bei uns beiden, dann kommt Farben-Deddy vorbei. Dann gibt's Ärger. Oh Mann, ey.